ja willkommen mein name ist aniru lp und ich begrüße euch zurück so let's play tales of grises f in der letzten folge haben wir einige nebenquests gemacht haben etwas merkwürdige gestalten sehen und darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden deswegen sage ich wir gehen jetzt einfach mal weiter in der story wir sind immer noch auf dem weg nach velanik und wir sind in der verlassenen tundra was ja weil er liegt die hauptstadt von fendel und angeblich sollte sich ein kleines dorf in der nähe befinden aber hier ist erst mal bloß ein ja und die ding was was gerade erst für uns Vielleicht sollten wir versuchen zu holen Informationen über diesen Krater da. Ja, ich würde es nicht so gerne sehen, dass ein Loch wie dieser in Lantt öffnet. Warum würde ein Loch öffnen in Lantt? Allow mir zu elucidieren. Unsere lokation aktuell ist nur nach der Wendor-Border. Also haben wir in einem großen Zirkel. Wir sind nicht so weit von Lantt. Ich muss mich nicht mehr auf den ganzen Valkonisten mit euch. Ich muss mich überraschieren, wie du wissen. Ja, naja. Es ist nur ein Quinkidink. Ist das alles? Ich habe zuerst Probleme zu glauben, in all diesen Quinkidinks. Dann ist es ein Destin. Das ist nicht das, was ich sage. Dabei sind wir letztens schon mal hier durchglauben hier. Und ein meeres Schuppen Kristall. Das hat es sogar gelohnt. Gut, das war's. Ja, jetzt gehen wir weiter. Wenn wir schon an Strata zurückdenken, dann kann es ja noch ewig dauern bis bei Hauptstadt erreichen. Obwohl eigentlich nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Egal. Ich wollte schon irgendwie was dazwischen sagen, aber lass mal das mal. Die Monster habe ich jetzt oft genug gesehen und hier bestimmt auch. Deswegen lasse ich die jetzt mal aus. Boink! Und ihles Holz. Geheil! Und... Oh, misteriöse Fristigkeit. Ja, Mixer habe ich auch ein paar Sachen hier umgestellt. Misteriöse Fristigkeit. Ein Buch mit dem man mehr Geld bekommen. ein großer buchstein und ein grüßband charia langsam widerstand so wie erstes was sie bringen das nicht so finde ich jetzt und jetzt ganz ehrlich sagen wir auch einfach die gegner ist kein vorbei eiskalt versteht ja weil es sehr kalt ist so hier ist nix dann gehen wir zu verlassenen tun haben nicht einer gesagt hat hier in der offene nähe ist da ist wella nick noch also ließen an die hauptstadt noch mal was haben schon wieder auf gedacht warum kann jetzt jeder haben wenn ich denke ich habe den lautungen nicht höher gehandelt es ist easy to focus on regret on how you fail to act was required most was Ich fühle mich, als wäre ich etwas zu tun, als auch etwas zu tun. War es zu schützen Asbel und meine anderen Freunde? Nein, es war... etwas größer als das. Lass uns über die Stadt fragen und sehen, ob jemand etwas über die Valkonisten kennt. Ja, aber erst mal... Oh ja, genau die Kampfsachen. Habe ich genug Geld? 31 Stempel. Und keiner von euch hat automatisch ausgerüstet. Ja, das hat doch nicht mal ganz dicht. Oh, minimal SK. Ja, Katana habe ich schon mal geschmiedet hier aufscreen. Ich glaube, ich habe das in Aufnahme. Irgendwann mal geschmiedet, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir einen Tavernen-Quest. Wo war die Katana brauchen? So, Kampfpanzer. Das bekommt... So, das ist auch ein einzelnes. Und... Panzers bekommen die beiden Landbrüder. Auch wenn einer nicht mehr offiziell land ist. Äh... Die Blusen bekommen Pascal und Charrier. So... Und die Tunikas... Weißer Tuniken? Weiß ich gar nicht. Komm, Malik und Sophie. Mach mal. Ich muss mal die Werke gucken. Da ist ausgeglichen. Das ist mehr Verteilung. Das ist mehr Zauberabwehr. Hm. Ich kann auch. Ne. So, Traumgummi-Tank des Lebens. Haben wir irgendwas Neues? Ne, da brauche ich nicht. Zitrus-Wend-Gefrierband. Zwei Stück haben wir alles. Dann weiter. Das ging schnell. Mach's mal. Na, ich glaube ich habe alles. Hallöchen. Ach, dieses Dorf hat echt nicht zu bieten. Das kannst du laut sagen. Mal mal vor einigen Tagen abends weggegangen, um zur Arbeit zu gehen. Papa wollte Zigaretten holen. Ah, hier ist was. Magische Charta Nummer 36. Gännis Charta. Braucht sich nicht zu entschuldigen, Leut. Da möchte ich nur wieder auf mein anderes Projekt hinzeigen. Tales of Symphonia. Hör aber. Wenn man schon ja das Thema aufgreifen, ne? Also nicht dafür, wenn ihr Tales of Symphonia-Charakter kommen. So. Da meinen noch eher. Eine Residenz. Plündern und Klauen. Als ob die Leute hier nicht schon wenig genug haben. Ich habe sie gesehen. Ich habe die kleine Schubkin gesehen, die einen Riesenkrater vor der Stadt verursacht hat. Etwa eine Frau. Vielleicht um die 20. Und ihre Kleider sahen aus wie... Naja, sie sah so aus wie dieses... Wie die von diesem Mädchen. Eigentlich sah sie genau wie dieses Mädchen aus. Hm, wer ist denn so um die 20? Okay, das können einige vielleicht nicht so sehr wissen. Ich weiß nicht, ob Pascal ist, glaube ich, 21. Auch wenn man es überhaupt nicht glaubt. Und ja. Wie konnte sie dir so erraten? Die alte Frau. Ich meine, das sieht man dir doch überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, dass du 21 bist, Pascal. Egal, da sind Kinder. Komm, gib mir eine Idee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist es, wenn es so klein ist? Sie benutzen sie, um sie zu spüren. Das ist so schrecklich. Wie läuft die Suche? Sie benutzen sie, um sie zu spüren. Das ist so schrecklich. Wie läuft die Suche? Wie läuft die Suche? Das ist so schrecklich. Wie läuft die Suche? Wie läuft die Suche? In Strata, wir sind nicht so schrecklich mit Kreuz. Aber diese Situation ist extrem. Das ist Fendal? Diese poor Leute sind unsere meisten liebsten? Ich bin so schrecklich. Sieht so aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Sie sollten nach Hause und schreien. Ich werde die Kreuz. Aber wir haben nicht genug. Keine Angst. Wenn ich nicht mehr finde, werde ich ein Astronom. Was? Nein, ein Astronom würde dich töten. Hey! Ich habe immer etwas herausgefunden. Genau? Ich bin dein Großbrunner. Es ist einfach mit mir. Ist ein Astronom etwas, das ein Kind sollte sich nehmen? Nein, es ist nicht. Es sind sehr gefährlich monster, die auf Kreuz auf den Kreuz. Die Elis von Kreuz accumuliert in ihren Hörn. Die Menschen nicht verraten, die Hörn zu schreien. Es ist nicht ein Foe, die Hörn zu nehmen. Es ist ein Astronom. Die Hörn zu nehmen, oder? Incidentally, wir haben mehrere Mal auf dem Weg hier zu kämpfen. Verdammt! Wir sollten die Hörn zu nehmen, wenn wir die Chance hatten. Oh, hold on! Lass mich mal sehen, wie viele wir haben. Pascal? Und wann hast du diese abgenommen? Ein, zwei, drei, vier, fünf! Oh ja, wir haben viel. Okay, also... Ich weiß, was passiert wäre, wenn wir jeden einzelnen Kampfe ausgewichen wären und keinen einzigen von diesen Viechern begegnet wären. Ja. 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 Und da gehen sie einfach. Wir sind glücklich, Pascal zu nehmen, die Hörn zu nehmen, nicht wahr? Ja, wir sind. Sorry. What up? Also, zehn. Haben wir jetzt noch im Besitz? Keine Ahnung. Sherry hält den Titel gütig. Gut. Na ja. 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 Milch. Und ja. Ein Plüsch. Busch. Baby. Das ist bald wichtig. Wir haben eine Garnele. Drei verschiedene Arten Fischen kann ich mehr als wo ich das jetzt zusammenstellen. Ja. Warte. Alle drei verschiedene. Mit drei verschiedenen. Ich gebe hier Muscheln. Ja. Davon werden wir glaube ich ein paar brauchen. Deswegen. ich mal ein paar Sachen hier gegen diese Dinge eintauschen. So. Aber es ist nicht fünf Stück reichen doch ne. Alles klar. Ja. Warte mal hier. Ja. 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 vielleicht ein passwort hinweis. Hm. Stratheme. Wofür. Wofür bauen wir das wohl. Hm. Hi. Bedient euch ruhig aus der Schatztruhe. Okay. Löffel. Verdammt. Hi. Das war aus dem Weg hin. Wenn ich zur Seite drehen soll müsst ihr mit 1000 Geld zahlen. Sehe ich so aus. Ah. Ich bin schneller als du. Ich bin sehr viel schneller als du. Okay ernsthaft. Ich geh aus dem Weg. Lass mich durch. Guck mal. Das ist ein Vogel. Ja. Du kannst rotspark hier. Ja. Du mich auch. Bedient euch ruhig aus der Schatztruhe. Ja genau. Ja. Am liebsten möchte ich doch wieder mit denen in den Krieg ziehen. Erst mitleid mit unseren Feinden am liebsten würde ich sie jetzt abschlachten. Wieso Mist? Warte mal. Ich glaube irgendwo kriegt man hat Geld wieder zurück. Ich geh mal den ganzen Residenzen wieder. Ja. Mal gucken. Ich bin auch nicht einfach verschwunden. Mit meinem Geld. Na warte. Dann kriegt er wieder. Lass mich doch nicht von so einem kleinen Balken verarschen. Oh mein Gott. Du bist die Leute und meine Kinder. Wir sprechen über. Ja ja. Ich suche ein kleines Kind hat mir 1000 Geld abgeknüpft hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du hast uns die Horns gegeben. Wir waren froh, dass wir helfen. Ich... Ich weiß nicht was zu sagen. Die Horns sind so schwer zu bekommen. Und zwar bist du von deinem Weg. Danke. Danke sehr. Wir nutzen sie gut. Ich versuche sie. Ich versuche. By the way. Wie ist deine Frau? Sie fühlt sich besser dankbar zu dir. Oh. Wo sind meine Manners? Please komm. You must be tired. You can stay here tonight. On the house. Oh, we couldn't possibly ask that of you. Doch, können wir. Please, it's the least I can do. I'll start heating your rooms right away. Na gut. Wir werden direkt rein. Ein paar Anfragen und so erfüllen. Oh man. This is so... Oh yeah. Okay. Hello. We've been waiting for you. Thank you for your kind hospitality. You're our first out of town visitors in quite a while. And as such, you'll get nothing but top drawer service. It's not fancy, I admit. But I think you'll like the food we've prepared. Malik. I see it still gets incredibly silent here at night. Nothing has changed. Nothing at all. Captain? Oh, hello Sophie. What are you doing up? Pascal is snoring. She's loud. I see. What about you, Captain? What are you doing? Actually, I was just thinking about an old song. A song? It's a story of two men who hold their honor and ideals above them. of all else. But eventually, one of them becomes disillusioned and strikes out for another land. What happens when he gets there? He devotes his life to finding a new ideal. What about the other man? I don't know. Can you sing it? Why not? This is for you, Sophie. Okay. I'll be rocking all night. I'm fine. Good morning. How was your night? It was cold. I totally didn't sleep at all. That's amazing. Considering that your snoring was rattling the crockery in my room. You're right, little lady. We do have some cold nights here. We keep hearing that the government will use its balconies to help us. I wish I could believe that. These are desperate times. Do you know where the balconies is? Not specifically, no. But I've heard they're studying it in Zavhert. Zavhert. Genau so he's the city. Zavhert. Does that mean someone's helping them? But who? All right then. Let's get to Zavhert as fast as possible. All right. But first... Who knows what? Be careful, Captain. You should try to shake that before it turns into a full-blown cold. It's from singing too much last night. Perhaps I should go rest. Singing? Ha! It sounds like the dear Captain slipped off to who knows where last night and did who knows what. Hubert, seriously? Those who trust too lightly are likely to awaken with a knife at their throats. Lala! What are you singing there, Sophie? A song the captain sang to me last night. Yes, well, as I was... Those who trust will... Sollen den ersten Stein werfen. She actually broke. Auf Hubert. Okay. Hm, äh, Anfragen hier, mein Gott. So, dann können wir wenigstens hier noch mehr oder weniger. Ja, Kampffanschuhe. Ich hab gerade gekauft, mein Gott. So schnell? Äh, physische Parteien. Ich hab auch mehr so defensive Sachen. Saukütig. Blitzschlag, Wirkzeit. Äh, ja. Hatten wir ja noch. Vitalität. Maximalkapé. Jo. Was noch? Ich hab auch mal so mehr, wie gesagt, Verteidigung. Hier war schwieriger, hier die Dings auszusuchen. Äh, nein. Eigentlich auch nicht schlecht, aber ich hab nicht so viel aufwand mit Malik. Verdammt. Mal schreiten. Max mal okay. Warte mal noch. Ehrlichkeit. Heiligkeit. Präzision. Siegen. Ja. Trankt sie eben so. So gut. Jetzt sind die Gladiatoren. Präzision. Und. Wieder was. Du leidest dich ja nicht auf die ganzen Quest hier so eingehe, aber mein Gott. 0815. Ganz ehrlich. Wird nicht jedenfalls. So. Dann. Du warst das, nein. Du warst noch nicht. Prüfen. Wo ist denn eine Truhe? Ich muss eine Truhe finden mit dem Passwort. Ich glaub, die ist hinten, oder? Gehen wir da noch mal rein. Und da gibt's alles. Okay. Äh, Stratheme. Äh. Äh. Strah. H. T. Näh. Jawoll. Gutes Abzugs. Die ist der Hochzieg bei Jeme Trainer statt galt auch um deine App aufzufüllen. Ja super. Entdeckung. Kallgas Manuskript. Bananensucht. Bananensucht. Oh, reading this script is exhausting. I'm really hungry, Sharia. Oh, what a difficult life, her majesty leads. What can I get, her highness? Bananas? Just Bananas? Well, if you also find banana pie for dessert, that'd be swell. You like bananas that much? I love bananas and banana pie. wir hatten wir diesen komplexen fett schau gelöst in die ferien sahen ich dachte irgendwie auch mein fernseher aber irgendwie so ein sektor das ist irgendwie da ist ja nicht noch irgendwas wenn ich mich nicht irre insessenen geschichten das ist leicht verfassbar soll ich sagen wir beenden dem part hier ist zwar nicht so viel passiert aber genug um den part zu füllen würde ich sagen ich bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen dieser folge und sage tschüss bis zum nächsten part